Hallihallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Sonic 3 & Knuckles. Mein Name ist Ingo26, wir sind in der Carnivus Night Zone und versuchen unser Glück. Thaisel ist uns hier, wir müssen leider. Ihr seht schon, eine Zirkus angelehnte Welt. Was eigentlich nicht schlimm ist, wenn ich nicht gerade aufstoßen würde. Das war ein kleiner Rülpser. Wie sagt man Rülpser eigentlich? Ich suche gerade ein Wort in Hochdeutsch. Rülpser. Die Verniedlichung von Rülpser. Nein! Nein! Ach, ich hasse diese Level. Das Level, da kann man so viel Zeit verbrauchen. Weil man was möchte und es eben doch nicht so hinkriegt, wie man eigentlich gerne möchte. Lassen wir es. Ich möchte nur noch den siebten Chaos Emerald. Das wäre ja, das wäre ja nice. Dann halt nicht. Lassen wir doch den Scheiß einfach. Egal, die läuft es gerade nicht so. Ich hätte absören sollen. Aber nein! Boing! Hier ist aber was, oder? Hier ist aber was, Mann! Zack! Diese Geschwabbelmasse hier. Ist hier links nicht was? Nein, hier links nicht. Ach! Man hat irgendwie immer Vermutungen, wo was sein könnte. Aber es ist eben doch nicht da. Das ist so schlimm. Entweder man ist vergesslich oder... Ah! Lass mich rein! Let me in! Ah! Ah! Ui! 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 Auf diese Flanermaus habe ich eigentlich gewartet. So! Hoch da! Hier war aber irgendwo... Äh! Hier war... Ich weiß aber nicht. Man meint immer wirklich, dass man sich gespenstert. Es ist wirklich schlimm! Also besser gesagt unsichtbare Wände. Das waren schon 100 Ringe. Hier links! Hier links war's! Ich bin mir zu 2% sicher. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Aber hier war was. Hier war was. Ha! Ja! Wir haben noch einen Versuch. Jetzt! Spinn nicht! Bitte! Ich hasse dich sonst. Mein cooler PC. Weißt du, von der Welt her kann er gar nicht so schlecht sein. Mein Herz ist wahrscheinlich etwas schlecht vom Computer. Also der Prozessor ist wahrscheinlich nicht der beste. Aber ich weiß nicht, ob man den Prozessor einfach so ersetzen kann. Das könnte mir ja einer von euch mal erzählen, der mehr Ahnung davon hat. Ich wünschte, ich würde das Computer Zeugs besser verstehen. Könnte ich meinen PC noch mehr auftunen, als er sonst so ist. Weil ich habe ja... Also von den... Von den Voraussetzungen her... Also... Also der ist ja wirklich nicht schlecht. Also... Also ich kann euch... Wenn es euch Wunder nimmt oder wenn euch... Ach du Schande. Also... Wenn es euch interessiert... Poste ich gerne mal meine... Computerspezifikationen. Den Inhalt meines Computers. Wo geht es eigentlich eigentlich lang? Sind wir irgendwo in die Scheiße... Sind wir schon in die Scheiße geritten, ne? Ich glaube... Machen wir das Beste draus. Hoho... 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 Holy Moly... Hup... Hup... Oh... Hab ich gesehen, wie ich gezuckt bin. Da mach. Das sind nicht die letzten. Ich habe die vier gesehen. Boah, ist das jetzt schnell geworden. Also... Wahnsinn. Der letzte Chaos Emerald. Wir haben sieben. Got all Chaos Emeralds. Darauf trinke ich einen Schluck. Prost. Now Sonic can be Super Sonic. Bei 50 Ringen können wir Super Sonic werden. Nice. Wir können es gleich... Ja, wir können es noch nicht einsetzen, weil wir ein Schutzschild haben. Aber ihr werdet es direkt nachher noch sehen. Das lassen wir jetzt. Ich verspiele meine Ringe nicht. Können wir Super Sonic werden. Ich habe zwar gedacht, das kommt erst später. Aber... Anscheinend nicht. Weil wir spielen hier eigentlich zwei Spiele. Sonic 3 und Sonic & Knuckles. Und ich hätte gerne gemacht, es kommt erst in Sonic & Knuckles. Naja, wie man sich täuschen kann, ne? Wo müssen wir eigentlich lang? Alter, wo sind wir eigentlich? Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang, du. Ja, die geben jetzt nur noch 50 Ringe. Scheiße, Mann. So, hoch da. Ah, hier hoch geht's. Mann. Hör�! Dann... Mach ich nicht mehr aufett. Hier geht's hoch. Ich weiß es Leute. Ey... Ja, ich wusste es doch. Meine Güte. Ich bin schon richtig gelaufen. Wenn das Spiel nicht möchte, dass ich richtig laufe, kann ich auch nichts mehr. Ich blabber wieder viel zu viel. Vier Parts und ich bin am Ende. Meine Güte, bin ich ein Pfeifen. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Hier kann man unten durch. Ich gehe auch unten durch, glaube ich. Sonst werde ich flach wie eine Flunder. Kann ich unten durch? Ich glaube nicht, oder? Na komm, Blasmaster, sonst werde ich flach wie eine Flunder. Habe ich zwar schon mal gesagt. Ich bin flach wie flach wie eine Barbie. Das kann man jetzt falsch verstehen. Daher lassen wir es einfach so stehen. Das kann man auch falsch verstehen. Ja komm, lassen wir es einfach. Hi. Ui. Jetzt wäre ich fast erdrückt geworden. Alter, mein Deutsch heute. Ich entschuldige mich für jeden Sprachfehler. 200 Münzen. Und wir sind beim Boss. Hallo, Boss. Hi. Moin. Komm. Schick das, schick das los. Zack. Der Boss ist relativ easy. Der schadet sich selbst. Aber er macht natürlich den Boden kaputt. Was eigentlich ein ziemlich cooler Boss ist. Jetzt muss man einfach warten, bis diese, dieser Kreisel in ihn reinfährt. Und das war es eigentlich schon. Wir haben eine schöne Zahl. 200, 200 Leben. Äh, 200 Leben. Das haben wir von 15. Das ist aber auch okay. Wir sind erst einmal draufgegangen. Das ist fast etwas peinlich mit diesem Schnitt. Hi. Super Sonic haben wir noch nicht gesehen. Werden wir bestimmt noch sehen in diesem Durchgezockt. Ich denke, wir werden ihn noch sehen. Ich nehme es sogar stark an, dass wir ihn noch sehen werden. So. Weiter geht's. Bisschen Speed. Jetzt hängen wir ihn noch in Wasser. Die Zirkustole verwandelt sich in eine Wasserzone. Fand ich früher nie so geil. Aber, ja. Und vor allem ist das Wasser nicht blau, sondern violett. Das sieht jetzt ganz gut wahrscheinlich. Alter, nicht nett. Jetzt kann ich nicht mehr atmen unter Wasser. Aber das Spiel findet es anscheinend geil. Jetzt. Ah. Ah. Jetzt hoch. Ja, sag doch was. Ich versuche mir hier. Ich versuche hier zu überleben. Ich komme nicht hoch. Nein. Ah. Hoch da, Mann. Hier ist aber was. Hier links in der Wand. Seht ihr? Habt ihr die Ringe gesehen? Ich möchte noch nicht hoch. Wesse. Wenn man... Möchten man hochkommen, kommt man nicht hoch. Aber hier drin in der Wand ist was. Und das hätte ich ganz gerne. Gibt's hier lang? Könnte sein. Wir können wieder super sonnig werden. Aber ohne Schutschild. Sonst geht das nicht. So. Wunderbar. Sind hochgekommen. Wir sind oben. Hallo Mama. Ich bin oben. Yo. Skill. Und yo. Das ist so geil. Wo geht's jetzt lang? Wir haben Leben. Hey yo, Mann. Wir haben Leben. Da unten geht's weiter. Super Sonic. Wir sind super sonnig. Sind unbesiegbar. Nehmt jetzt natürlich dem durchgezockt etwas die Spannung weg. Aber wir möchten ja auch Super Sonic sehen, weil der sieht in diesem Spiel echt geil aus. Das ist jetzt natürlich nicht so schön für super sonnig, weil hier müssen wir hoch und runter pendeln. Aber wir sind genügend schnell und können doppelt so hoch springen, wer auch sonst. Ich finde es lustig, dass in einigen Animationen die seine lange Mähne fällt. Hallo Knuckles. Was machst du? Ich bin Super Sonic. Der hat noch stärkere Kräfte eigentlich als Super Sonic. Und der hat ja schon tolle Kräfte. Okay, wir müssen hier runter. Ich weiß gar nicht, ob Super Sonic unendlich lange unter Wasser bleiben kann. Könnte sein. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, mit der Luftblase jetzt sowieso. Ich möchte runter, bitte. Ich möchte runter, bitte. Ich möchte runter. Sobald der Zähler auf Null ist, ist es fertig mit Super Sonic. Super Sonic. Wieso sage ich immer Super Sonic? Ich möchte irgendwas in meinem Mund korrigieren. Was man anscheinend nicht korrigieren kann sonst. So. Ah, ich sage, lass mal sein. Da unten wäre was gewesen, aber ich weiß nur nicht was. Ich weiß, dass was gewesen wäre, noch 7 Sekunden, um Super Sonic zu genießen. So, das war's, Super Sonic. Das Problem ist, wir haben jetzt Null Ringe und müssen etwas aufpassen. Aber, ja. Wir können wieder Super Sonic werden, wenn wir Bock haben. Wir brauchen einfach... Wow, 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 wow. Das habe ich nicht gewusst. Wir brauchen einfach 50 Ringe und dann geht der Spaß von vorne los. Es ist ziemlich dunkel hier. Seit Knuckles das Licht ausgemacht hat, herrscht hier Stille. Hi. Boing, 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 boing. Wir müssen wieder Licht anmachen. Da ist ein Knopf, vielleicht macht's der. Licht ist an. Hier ist nix. Das lassen wir auch weg, diese Bonus-Stage. Huuuui. Wir kommen ziemlich gut durch momentan. Ich glaube, ich muss runter, sonst werde ich flach wie ne Flunder. Ja. Nein. Ja, hier oben ist in der Decke. Geh'n runter. Als ob wir dieses Lied heute nicht schon genug gehört haben in diesem Part. Aber als Super Sonic ist es halt noch epischer irgendwie. Epic Run. Der hätte mich erdrücken können. Habe ich das richtig gesehen? Yes, hab ich. Let me through. Thank you. Oh. Oh, no. Hier links oder rechts wäre raus gewesen. Ich weiß nicht, nur ich nicht wo. Naja, wir haben alle sieben Chaos Emeralds. Das ist aber noch... Wow. Der fliegt jetzt gerade lustig. Der fliegt sonst nicht so, oder? So. Wow. Schnell, schnell. Hallo, Knuckles. Was machst du jetzt? Ich habe ein Knöpfchen gedrückt. Was es genau gebracht hat. Er hat einen Lift umgekehrt. Weißt du... Was wissen die gerade? Hallo. Was hast denn du für eine Kugel da? Ich weiß natürlich, was er für eine Kugel hat. Eine elektrisierende. Also wirklich, wenn man die Bosse kennt, ist halt Dr. Eggman, ein Robotnik, nicht mehr ganz so hart. Ach, du Kacke, du. Das war jetzt... Das war jetzt schlecht gespielt, ne? Hätten wir eigentlich... Ich sehe gerade. Hätten wir eigentlich Super Sonic machen können? Oh, wir sind... Oh, auf meine Güte ist das mal... Oh, mein Gott. Ah, wir können ihn auch so treffen. Nein. Oh, Hund. So. Das wusste ich nicht. Man lernt immer wieder neu dazu. Sehr schön. Wir stehen... On the top. On the top. Wunderbar. Casino. Zone auch erledigt. Sehr schön. Einfach machen lassen. Die Ice Cap Zone. Aber wisst ihr was? Ich beende den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao, Zimmer.